Unsere Kunden setzen darauf. Sie sind in der Regel nicht in der Lage, die Security vollumfänglich selbst zu erbringen oder sie möchten es einfach nicht, weil es nicht ihr Kerngeschäftsprozess ist. Das heißt, sie setzen auf starke und verlässliche Partner, die für sie die Security-Aufgaben erledigen können. Computer Center erweitert permanent das Security-Portfolio und dies aktuell auch ganz besonders im Umfeld von Managed Security Services. Ein großer Anteil derzeit an Managed Security Services fokussiert sich auf Cyber Defense, das heißt Security Monitoring, Angriffserkennung, weil hier das Wissen der Kunden in der Regel einfach nicht vorhanden ist. Hier haben die Kunden den riesigen Vorteil, dass sie sich damit selbst eigentlich nur dann beschäftigen müssen, wenn tatsächlich ein Alarm so weit gediehen ist, dass wir als Service-Partner den Kunden darüber informieren, um weitergehende Maßnahmen ergreifen zu lassen. три wird seltsam von Ihnen